Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrem Orient-Teppich-Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orient-Teppich-Experte seit 1960. Der erste Clip des Abends. Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. An unserer Seite Moussin Omuja. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Roshwuluk. An dieser Stelle müssen wir aber erwähnen, liebe Freunde, am Tag der Aufzeichnung, das war der 23. April. Wir zeichnen ja die meiste Zeit die Sendung auf. Haben wir natürlich auch Zuschauer gehabt, weil der 23. April war in Hamburg Girls and Boys Day. Und deshalb, wir leben ja im Zeitalter der neuen Technologie. Ich will euch mal zeigen, guck mal, meine drei Gäste, meine Super-VIPs sitzen nämlich da hinten. Wink mal, Mädels. Guck mal da. So, das sind unsere Super-VIPs heute Abend, liebe Freunde. Und Sie gucken sich die Sendung natürlich live aus der Backstage-Perspektive an. Girls and Boys Day. Exakt. Aber kein Ton, ne? Ja, kein Ton. Man hört sie kaum. Guck mal, jetzt sind sie voll verschichter, jetzt sagen sie gar nichts mehr. Nein. Moussin, schön, dass du da bist. Eine Welt-Tournee liegt hinter dir, mein Freund. Jo. Hast du auf der Welt-Tournee interessante Getränke kennenlernen dürfen? Ja, aber den Namen kann ich dir ja nicht wiedergeben. In Japan. Ja, in Japan. Keine Ahnung, wie die hießen. Ich weiß nicht. Sie haben ja einfach selbst serviert, so zum Frühstück. Die haben nach, naja, Essig geschmeckt. Na, Essig? Ja, ja, genau. Zum Frühstück. Zum Frühstück. Nein, wir haben ganz normale Getränke hier. Guck mal, ich hab Tee da, ich hab was Kühles da, worauf du Lust hast. Ich nehm so einen Papa-Türk. Ich dachte, der passt zu dir, weil damit kannst du gleich eine Pointe rauswerfen. Ja, aber ich hab noch kein Kebab gegessen. Du hast mir ja vorhin gesagt, ne? Das killt eben Kebab- Den Dönergeschmack. Den Dönergeschmack, wenn das stimmt. Geschmack und Geruch auch? Genau. Ja, 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 ja. Vor allem den Geruch. Es soll ja dein Nachbar, dein Freund, dein Bekannter, deine Frau, deine Freundin soll ja nicht wissen, dass du Döner gegessen hast. Ich hab gestern wahnsinnig viel Knoblauch gegessen, ne? Siehst du? Testen wir mal. Guck mal, das ist die Überleitung. Guck mal, wie kreativ ist er. Apropos Knoblauch. Knobibonbon. Yes. Barlantierback. 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 Ja, das Ding ist hässlich grün. Also nicht wundern. Also hübsch grün. Gefährlich grün. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Bei Knobibonbon, dein Kabarett, ich hab's ja gesagt, viele Zuschauer da draußen wissen das vielleicht wirklich nicht, aber man muss das beim Namen nennen, das Kind beim Namen nennen, Knobibonbon, 30 Jahre alt, liebe Freunde, war quasi der Vorläufer der ganzen oder vieler, vieler Komedianten, Stand-up-Komedien, die heute sehr aktiv und sehr populär sind im Fernsehen. Exakt. Also 1985 haben wir angefangen, 85, ich hab mich nicht versprochen. Und wir waren ein Duo, Schnaz Dickmann und ich, wir haben damals in Ulm das erste deutsch-drückische Migranten-Kabarett eben gegründet und Dieter Hildebrand war mit dabei. Dieter Hildebrand sogar? Ja, er ging vor uns sogar auf die Bühne, er war das Vorprogramm. Und nach der Aufführung hat er uns mitgenommen auf seiner Tournee. Also wir haben eigentlich keine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Was glaubst du, oder beziehungsweise wie siehst du die Entwicklung der Migranten-Comedy? In den 30 Jahren ist ja viel passiert. Mann, es ist mittlerweile, ist ja eine richtige Industrie daraus geworden, ne? Guck dir das an, ja, also, Kaya Janal, Blanchilan und die anderen, Somuncu etc. Wie viele Zuschauer sie alle zusammen erreichen und, ja, wie viel Euro umgesetzt wird dabei. Als Vorläufer, wenn man der Erste ist, gibt es immer, finde ich, immer einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil ist vor allem, du musst gegen Windmühlen kämpfen am Anfang, damit du angenommen wirst. Ja. Und wenn du angenommen wurdest, musst du dich meistens hinten anstellen, weil du den anderen die Tür aufgemacht hast. Ist das auch bei dir der Fall? Das muss nicht unbedingt ein Regelfall sein, aber, also 85 und bis 95 ungefähr, also 10 Jahre, wir waren ja 12 Jahre lang als Duo auf der Bühne. Mitte 90 habe ich schon bei den Meistern wie Werner Schneider, Dieter Hildebrandt und etc. mitbekommen, dass, natürlich, das haben wir auch gespürt damals, dass das deutsche politische Kabarett in der Krise steckte. Und damals schon suchte man einen neuen Weg. Und ja, damals kam ja auch der private Sender, Fernsehsender und so weiter. Und dann, sie haben eben diesen neuen Weg entdeckt und eröffnet quasi. Und dann eben stand das politische Kabarett gegen Comedy. Okay, jetzt sehen wir ja, dass die beiden parallel laufen eigentlich. Also wenn ich einfach jetzt auf meinem Plakat schreibe, das Stück ist ein Kabarett, dann kommt eben Kabarettzuschauer, die etwas anderes erwarten als Comedy-Zuschauer. Aus diesem Grund, wir müssen ganz genau wissen, was wir machen. Also ich habe mich für Kabarett entschieden und Kabarettzuschauer, also wir können niemals ein Stadion füllen. Ich glaube, das ist es. Das kann ich unterstreichen, weil die Szene, die diese Stadien füllt, ist ja massentauglicher als das, was ihr tut. Weil ich glaube, man muss sich für dieses Thema speziell interessieren. Also ich... Oder irre ich mich? Nein, 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 das ist das. Das ist das eigentlich. Also wir machen Sport, okay? Wir machen Sport, aber ich spiele Basketball, die anderen spielen Fußball eben. Das ist die massentaugliche. Tja, dann sollten wir vielleicht zur Fußballszene wechseln oder so. Oder man ist damit zufrieden, was man hat. Man ist mit dem glücklich, was man hat. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Dann liegen wir auf jeden Fall auf der richtigen Schiene. Außerdem ist Mursin Omuja bekannt für seine Karikaturen. Ja, er hat ja jahrelang auch für diverse Tageszeitungen karikatiert. Sagt man das so? Karikaturen. Karikaturen gezeichnet. Ja, genau. Karikaturen gezeichnet. Kanharakiri, Karikaturen gezeichnet. Und darüber werden wir uns auch gleich unterhalten und werden uns mal ein paar Bilder auch gemeinsam hier anschauen. Der nächste Clip des Amstags kommt jetzt. Liebe Freunde, ich sag's immer wieder. Eine meiner Lieblingskünstlerinnen, Attil. Auch die wir in der Türkei, würde man ja sagen, Almanche. Liebe Freunde, Deutschländer. Wir haben es nie einfach gehabt. In Deutschland warst du der Migrant, der Ausländer. Und in der Türkei bist du der Almanche, also der Deutschländer. Irgendwie dazwischen. Was sind wir heute? Menschen mit Migrationshintergrund. Je länger wir hier sind, desto länger wird die Bezeichnung. Ja, aber ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass mein Vordergrund besser aussieht als mein Hintergrund. Amo no tschösement. Moba schreib ich dir. Genau. War das jetzt Fishing-Quote-Kompliment? Nur erst davon, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, Dinge ändern sich. Ja, aber darüber denke ich sehr oft nach. Also auch Veranstaltungen und so, wenn wir uns über solche Dinge unterhalten, fällt mir das auf. Früher waren wir, guck mal, wir waren Kinder, Gast, nee, Moment, meine Eltern waren Gastarbeiter, ich war Kind eines Gastarbeiter, also Gastarbeiterkind. Gastarbeiter, Ausländer, Migranten. Ausländer, Ausländer, Migranten, ja. Ja, eben. Und jetzt gibt es eine neue Definition. Jetzt haben wir den Bio-Deutschen. Was sind wir dann für Deutsche? Ja, wir sind eben die Getürkten oder, sagen wir mal, Plagiat-Deutschen oder schlechte Kopien. Aquarium-Deutsche. Aquarium-Deutsche. Süß-Wasser-Deutsche. Ja, wie zum ersten Mal. Süß-Wasser-Deutsche. Ja, also, wir mussten ja dafür nichts tun, oder? Um ein Deutscher zu werden. Nee, aber sind wir es dann? Das ist doch die definitive Frage, die wir uns doch regelmäßig sind. Sind wir es? Also, ich bin ein sehr guter Deutscher, finde ich. Weisst du warum? Warum? Das war eigentlich vorhin nur mal so eine falsche Information. Also, ich habe lauter Tests machen müssen. Du auch? Oder? Zu den Deutschen? Gar nichts. Hast du den Deutschen einfach so geschenkt bekommen? Ja, habe ich. Das glaube ich gar nicht. Also, ich nicht. Mit 19 gab es diese ganzen Tests. Ich habe gesagt, ich Deutsche, wer denn, hat Beantemann gesagt, hier. Csang, das war früher. Wann hast du den Deutschen-Pass bekommen? Wenn ich das sage, dann haupte ich mich und dann sage ich mein Alter. Vor 20, 30 Jahren, ne? Ist lange her, sagen wir es mal so. Also, ich habe sogar wirklich einen Deutschen, also ehemaligen Türken kennengelernt, irgendwo, keine Ahnung, in Bremenhaven, der kein Wort Deutsch kann. Immer noch nicht, ne? Okay. Ein Deutscher, der geht zum Beispiel zu den Behörden mit seinem Dolmetscher. Und wenn die, tatsächlich, wenn er mit denen etwas besprechen muss und dann hat er seinen privaten Dolmetscher, der ihn ins Deutsche übersetzt. Okay. Jedenfalls. Okay. Muss gerade mal realisieren. Ja, aber seit einigen Jahren, seit Frau Merkel, müssen wir lauter Tests machen, okay? Diese Einbürgerungstests. Und so weiter und so. Lauter Fragen. Ja, genau. Ich habe sogar mal, ja, aus Jux bei einem Test mitgenommen, teilgenommen. Den ganzen Tag war ich im Raum mit 30 Ausländern zusammen, obwohl ich ein Deutscher war. Ja, lauter Fragen musste ich beantworten, etc., etc. Gut, okay. Also, ich persönlich musste tatsächlich drei, vier Jahre lang auf den deutschen Passwaden, ich musste einige Sachen dann erfüllen, etc. Also, am Schluss kann ich sagen, ich bin ein staatlich geprüfter Deutscher. Okay. Und das ist der Unterschied eigentlich. Staatlich? Okay. Wir sind staatlich geprüfte Deutsche, das ist gut. Ja, natürlich. Und dann, wir können... Aber dann sind wir echt deutsch. Wir können darauf stolz sein. Staatlich geprüfter halt. Exakt. TÜV. Aber die anderen nicht. Die Bio-Deutschen nicht. Die können nicht darauf stolz sein. Das ist der Unterschied. Also, damit haben wir die Definition jetzt mal für ein für alle Mal geklärt, liebe Freunde. Weil die Bio-Deutschen Zufallsdeutsche sind. Weil sie reingeboren wurden. Exakt. Sie haben nichts dafür getan. Sie sind ahnungslos Deutsche geworden. Sie hatten gar keine Ahnung. Unbewusst. Also, sie sind unbewusst Deutsche geworden. Sie sind unbewusste, ahnungslose Zufallsdeutsche. Aber unsere Kinder sind dann aber auch genau das. Ja. Also, das heißt dann, nur unsere Generation darf stolz darauf sein, Deutscher zu sein. Staatlich geprüft. Ist es... Aber ist es nicht heftig, dass wir immer noch über dieses Thema auch diskutieren? Vor allem, dass du es auch in deiner... Exakt. ... auf deiner Bühnenshow oder in deiner Bühnenshow noch präsentierst? Stell dir das vor. Also, vor 30 Jahren haben wir ja gesagt. Vor 30 Jahren haben wir das erste Deutsche Deutsche Kabarett gegründet. Und das erste Programm hieß Vorsicht frisch integriert. Das war vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren. Die Überschrift. Exakt. Das erste Programm. Also, es ging wirklich um die Integration. Und nach zwei Jahren haben wir schon ein zweites Programm geschrieben, weil wir der Meinung waren, ja, über Integration kann man nicht länger als drei, vier Jahre diskutieren. Also, das wird dann nicht mehr aktuell sein. So haben wir dann ein zweites Programm geschrieben. Und ich glaube, Moment mal, 87, 88 waren wir schon mit dem zweiten aktuellen Programm auf der Bühne. Es ging um das Wahlrecht für Ausländer. Und das Programm hieß damals Putsch in Bonn. Bonn war ja die Hauptstadt. Ja, damals die Hauptstadt, ja. Genau. So ging es weiter. Und siehe da, nach 30 Jahren machen wir immer noch Programme über die Integration, sogar mehr denn je. Wollte ich sagen. Und kein Thema ist so aktuell wie Integration gerade. Ja. Womit hat das zu tun? Womit? Weil die CDU es endlich mal ernst genommen hat vor, also circa zehn Jahren. Sie haben es dann eingesehen, dass sie das Thema nicht mehr ignorieren können. Und es gibt jetzt auch viel Geld in dem Bereich. Wie ich gehört habe, 600.000 Menschen arbeiten in dem Bereich, Sozialarbeiter, Integrationsbeauftragte, etc., etc. 600.000 Menschen, eine richtige Industrie. Da fließt Geld. Wahnsinn. Also das heißt, man kann auch die Sache positiv sehen. Die Türken schaffen Arbeitsplätze, indem sie die Integration verweigern. Stell dir vor, von heute auf morgen, lassen sie sich integrieren, okay. Ab morgen sind die Türken nicht mehr als Türken zu erkennen. Ja, was sollen diese 600.000 Menschen machen? Dann sind sie arbeitslos. Ja, so kann man es auch sehen. Eben. Liebe Freunde, wir müssen ganz los Werbung machen. Ich wollte ja schon vorhin, hatte ich schon gesagt, möchte ich gerne gleich mal auf die Karikaturen auch mal von dir eingehen. Auf die freue ich mich ja meistens. Wenn er muss, wenn er nämlich unterwegs ist, dann ist er ein ganz großer Künstler. Ja, darüber werden wir uns auch noch gleich unterhalten, aber zuvor müssen wir Werbung machen. Also bis gleich. Willkommen zurück bei Oriental Night. Weiter an unserer Seite Mursin Obulja zum Thema Migrationskomödie. Es hat sich vieles verändert, aber ich kann mich an die Zeit von Mursin noch erinnern. Da hat er ja auch viel, wirklich viel mehr gezeichnet. Oder vielleicht täuscht es, vielleicht täuscht es mich. Aber du hast früher mehr gezeichnet als heute, oder? Ja, ja, das stimmt. Viel mehr sogar. Exakt. Also ich weiß nicht, vielen Tageszeitungen und Zeitstoffen. Ich habe ja für die Südwestpresse zwölf Jahre lang gezeichnet und dann ein Jahr lang hatte ich sogar eine Comic-Strip-Ecke in der Taz. Also wöchentlich habe ich dort Kanakman, den Kanakman gezeichnet. Stimmt, Kanakman. Ja, kann ich mich erinnern. Kanakman habe ich ja dann auch auf die Bühne gebracht. Aber irgendwann mal, als Schnazi und ich auseinandergingen nach Knobi Bonbon, als ich auf der Bühne als Solo-Kabarettist stand, plötzlich fehlte mir was. Da habe ich dann eben meine Freunde in den Karikaturen entdeckt. Seitdem begleiten sie mich auf der Bühne. Ich bin der Einzige, der Cartoon-Kabarett macht. Cartoon-Kabarett? Cartoon-Kabarett. So nennst du das? Also diese Bezeichnung habe ich nicht selber. Erfunden, sondern die Süddeutsche hat es dann so betitelt. Ah, okay. Genau, Cartoon-Kabarett. Cartoon-Kabarett. Lass uns doch mal ein paar Cartoons, beziehungsweise Karikaturen von dir mal anschauen. Jetzt bist du nämlich verbunden. Hamburg 1 ist ja auf dem neuesten Stand, neuestem Level. Also ich hoffe, dass es verbunden ist. Genau, guck. Die Integrationsindustrie sucht ja seit 30, 40 Jahren eine Lösung, um die Türken zu integrieren. Sie haben nicht einmal annähernd, nicht einmal so viele Ideen gehabt, wie ich, ja. Guck mal. Stell dir vor, sie sagen einfach mal, meine Mama, die nicht einmal Deutsch kann, integrier dich. Ja, was soll sie denn machen? Deshalb dachte ich mir, Schritt für Schritt muss man vorangehen. Also Schritt 1, Schritt 2 und so weiter. Und am besten auf aller Ikea-Art. Erinnert mich auch ein bisschen an Ikea, deine Figur da links. Exakt, das ist ja auch der Ikea-Charakter, das habe ich ja von denen übernommen. Also, aller Ikea, das versteht jeder. Es gibt keinen Text bei Ikea, oder? Bei der Bauanleitung. Und das ist jetzt Integrationsanleitung à la Ikea. Die Idee stammt natürlich von mir. Nicht so, das versteht jeder, jeder Chinese, jeder Türke, jeder Italiener. Okay, nicht so, sondern so. Sieht besser aus, ein bisschen zivilisierter. Nicht so, trink doch deinen Tee. Nicht nur aus diesem Glas, orientalischen, sondern vielleicht aus einem Weinkelch. Würdest du das machen? Natürlich, warum nicht? Im Namen der Integration, was wir nicht alles machen. Mach keine Kinder mehr, sondern mach Dackeln, oder sowas ähnliches. Oder, warum denn so aggressiv? Spiel doch Fußball. Oder, bitte nicht so, sondern so, etc. Also, die Idee könnte man ja weiter fortführen. Weiterspinnen. Genau, weiterspinnen. Ich würde sagen, alle Integrationsexperten sollten zu mir kommen. Ich habe noch mehr Ideen für sie. Und dann können wir sogar auch ein Punktesystem entwerfen. Zum Beispiel bei diesen Geschichten, bei den ersten Bildern. Also, pro gelungenes Bild, pro gelungenen Schritt, ein Punkt oder drei Punkte in Flensburg und so weiter. Erreicht der Türke 100 Punkte, 200 Punkte, dann bekommt er den vorläufigen deutschen Pass, vorläufigen, klaro, mit dem vorläufigen Führerschein. Man kann ja nicht gleich Deutscher werden, man muss erstmal beobachten, ob er sich wie ein Deutscher benimmt. Wie bei einem Führerschein, zwei Jahre Probe-Deutsche quasi. Also, er darf sich auch Anfänger Deutscher nennen, zwei Jahre lang. Und macht er zum Beispiel ein undeutsches, begeht er ein undeutsches Verhalten, dann kriegt er zum Beispiel Punkteabzug in Flensburg, etc. Und dann, pass ab, wieder zurück in die Integrationsschule. Eine ernste Frage habe ich dennoch, weil du ja so viele Karikaturen machst. Karikaturen polarisieren auch, führen sogar dazu, dass es leider auch negative Geschehnisse gibt. Zum Beispiel Charlie Hebdo, nachdem ein Mohamed Karikatur für Aufsehen ersorgt hat, haben dann leider Fundamentalisten die Redaktionsräume von Charlie Hebdo angegriffen. Was denkt ein Karikaturist, wenn er sowas liest oder hört? Es ist erstaunlich, dass Linien, dass Zeichnungen beängstigen können. Gewisse Kreise natürlich. Warum? Weil wir auch hier bei diesen Zeichnungen sehen können. Das ist mir jetzt aufgefallen aufgrund des letzten Karikatur. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder Leute gibt, die sagen, muss das sein, warum? Das ist ihr Problem. Aber die Zeichnungen sind verständlich für jeden. Fast für jeden. Also wenn man auf den Text verzichtet, die Idee, die Kritik etc. Weil es nur mit Linien wiedergibt, ohne Text. Und sie sind verständlich für jeden dann, sowohl in Japan als auch in Amerika. Also kulturelle Unterschiede spielen dann keine Rolle mehr. Und das ist eine Sprache, man kann also mit ein paar Linien viele Themen ansprechen, Kritik reinstecken, die Pointe und noch dazu, bis ins Lächerlichkeit ziehen, alles. Und das macht eben, ja, diesen Kreisen Angst. Das ist verständlich. Und deshalb stehen wir eben, ja, vor denen als Feinde. Heißt das, du sagst, es ist verständlich. Heißt das, dass du auch Verständnis hast für die Angriffe? Verständnis nicht. Ich verstehe sie oder ihre Angst besser gesagt. Sie müssen nämlich, um ihre Ideologie verkaufen zu können, sie müssen viel reden, viel erzählen, Überzeugungsarbeit leisten etc. Ein Karikaturist kann aber mit einer einzigen Zeichnung alles, Kritik, Meinung, Geschichte etc. mit einer einzigen Zeichnung auf den Punkt bringen. Und auch noch dazu verständlich für jeden, nicht mal, manchmal spielt es, manchmal spielt es sogar nicht mal, Bildungsniveau eine Rolle. Hast du gut erklärt. Also selbstverständlich. So, liebe Freunde, bevor wir uns noch weiter vertiefen, der nächste Clip des Abends steht an und danach würde ich gerne das Thema noch ein bisschen einkreisen, um zu gucken, wo ist die Toleranzgrenze beim Karikaturzeichnen. Aber das Ganze nach dem nächsten Clip. Ja, Gökhan Tück, meine liebe Freunde, und das Thema am heutigen Abend ist 30 Jahre Migrationskabaret. Bedeutet natürlich auch, dass wir uns regelmäßig über dieses Thema auseinandersetzen. Tagtäglich tun wir uns damit auseinandersetzen. Natürlich die Comedy auf seine Art und Weise, die Medien setzen sich sehr stark damit auseinander, die Politik setzt sich sehr stark damit auseinander. Aber das Visuelle ist auch ein bisschen auffällig, so wie du ja eben gerade gesagt hast. Es ist zum Beispiel sehr auffällig, dass die meisten Männer heute nicht nur ein Drei-Tage-Bart haben. Ja, ich trage ja gerne ein Drei-Tage-Bart. Ich habe es auch in letzter Zeit ein bisschen länger gehabt, aber mochte ich wieder nicht mehr. Aber es ist schon auffällig, dass viele Männer, so wie Gökhan Tückmann, einen sehr langen Bart hat. Aber du hast eben gerade den Satz interessant benutzt und hast gesagt, aber warum gerade heute? Warum glaubst du, dass es heute so ist? Ich weiß nicht, man muss sie fragen. Es ist schon auffällig, dass es du seit, ich würde sagen, ein, zwei Jahren sehr extrem geworden bist. Exakt. Ich überlege gerade, womit könnte das sein? Also die nächsten Gäste sind vollbärtige Männer. Und du fragst sie. Hatte ich noch nie so richtig einen Gast mit Vollbart? Überlege ich gerade, weiß ich gar nicht. Oder du lädst dich selber ein. Nein, komm, mein Drei-Tage-Bart ist ja nichts dagegen. Also der ist noch sehr mild. Wir haben uns darüber unterhalten, nicht die Bärte, sondern die Integrationsarbeit, die ihr leistet, indem ihr Dinge kritisiert. Und wo es auch Religion bzw. Differenzen gibt. Du meintest, ich habe sogar noch etwas, was auf dieses Thema hinweist. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich wohl oder übel mit dem Thema. Wenn ich ein neues Programm schreibe, fragt mich der Veranstalter immer, ja, gibt es bald ein neues Programm? Sag ich, ja. Worum geht es? Ja, über Geld, Glücklichsein etc. Also globale Themen. Und dann sagt er, ja, nichts über die Integration? Sag ich, diesmal nicht. Das reicht. Und dann, tatsächlich, das habe ich so oft gehört von den potenziellen Veranstaltern. Tja, wenn sie über Integration nichts geschrieben haben, dann warten wir mal. Wir warten mal. Echt? Tatsächlich, also indirekt werde ich gezwungen, in jedem Programm Minimum 10, 15 Minuten über Integration etwas zu schreiben. Darf ich mal sagen, ganz ehrlich, ich sage ja immer wieder in dieser Fernsehsendung, dass es ja Phasen gibt, wo ich keinen habe, darüber zu reden. Ich kann es mir vorstellen, dass es ja noch schwieriger ist. Ja, ehrlich, weil ich kann ja zumindest in meiner Fernsehsendung ab und zu sagen, weißt du was, ich habe heute keinen Bock, darüber zu reden, ich mache es einfach nicht. Punkt. Weil ich muss nicht darüber jeden Tag reden. Tja, dann kann ich meine Programme nicht verkaufen. Tja. Tja, eigentlich ist es doch nichts anderes, was Kayanar oder Bülent Ceylan machen. Sie erzählen ja auch von den Türken, also Türken und deutsche Geschichten. Auch wenn man nicht unbedingt das Thema Integration beim Namen nennt. Solange wir über Deutschen und Türken Geschichten erzählen und sie gegeneinander stellen, eigentlich wir tun nichts anderes als Aufklärungsarbeit über die Integration. Ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern. Du wolltest mir noch was anderes zeichnen. Exakt, also ich habe dir gesagt, ich habe noch mehr Ideen, also über die Integration habe ich mir seit 30 Jahren wahnsinnig viele Gedanken gemacht, mehr als ein Sozialarbeiter. Zum Beispiel, ich habe mich immer gefragt, bei den Kleinkindern, um die Angst vor den Monstern, Hexten, Schwarzen zu nehmen, was macht man? Man kauft so Puppen, man legt diese Puppen schon in die Wiege. Also dann habe ich mich gefragt, warum gibt es keine Türkenpuppen? Also die Deutschen haben, ja, wenn nicht unbedingt Angst, aber so ein Abstand, so eine Distanz zu den Türken. Also wenn wir die Integration, die gesunde Integration erreichen wollen, sollten irgendwelche Geschäfte, innovative Ideen, bitteschön, auch noch nicht mal patentiert, warum gibt es keine Türkenpuppen? Also eine Ali- und Aiche-Puppe. Exakt, wenn ein Kind mit solchen Puppen, mit Aiche und Aiche groß wird, selbst beim Umziehen und so weiter, wird er sein Ali und sein Aiche mitnehmen. Und noch dazu, es gab ja früher ein japanisches Spiel namens Tamagotchi. Genau, fütter mich, liebe mich, streichel mich. Mein Mann war nach einem Jahr tot damals. Stell dir vor. Ja, ein Tag. Stell dir vor, wir bauen dieses System in diesen Puppen hinein und wir benennen sie auch so. Kemal Gochi, Bedo Gochi, Aiche Gochi, Aiche Gochi, Emine Gochi. Und die sprechen dann auch mit den Kindern. Fütter mich, streichel mich und so weiter. Es kostet auch nicht viel, Mann, oder? Man könnte auch auf diese Art und Weise mal testen, probieren, mit Kuscheltürken sozusagen. Vielleicht, 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 das ist die Lösung für die gesunde Integration, vielleicht. Also wir nennen das jetzt die Kuscheltürken. Kuscheltürken. Ja, genau, ciao. Kuscheltürken, sehr gut. Ich glaube, damit gehen wir auch jetzt in die Werbung. Liebe Freunde, vielleicht gibt es ja zwischenzeitlich innovative Start-up-Unternehmer da draußen, die sagen, tolle Idee, wir übernehmen das den Aiche Gochi und den Ali Gochi. Aber ein Prozent bitte. Für den Erfinder, natürlich. Der innovative Geist soll ja auch unterstützt werden. Ein Prozent für Mursin, 98 für mich und ein Prozent für die anderen. Wir sind da im Geschäft. Weiß geschafft, wir sind im Geschäft. Und dann mache ich kein Kabarett mehr, Mann. Liebe Freunde, wir machen jetzt ganz kurz Werbung und nach der Werbung kommt die Challenge. Ja, Mursin gegen mich, ich gegen Mursin. Seid gespannt, mal gucken, wer heute den längeren Atem hat. Willkommen zurück bei Oriental Night. Liebe Freunde, das ist das türkische Alphabet A, B, C und D. Und das reicht auch. Den brauchen wir nicht. Oh, und das Ü fehlt. Kennt ihr noch den alten Witz von, den haben wir uns früher mal erzählt. Kennst du das türkische Glücksrad? Nein. Ich kaufe ein Ü. So, liebe Freunde, zehn Fragen, Multiple Choice. Das heißt, zu jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, A, B, C oder D. Okay, wir halten jeweils zusammen, Mursin, die Antwort in die Kamera. Nach zehn Fragen schauen wir mal, wer gewonnen hat. Und der Verlierer muss etwas machen. Was es ist, weiß ich nicht, ist dann immer hinten in diesem Körbchen versteckt. Ich weiß es auch nicht und die Fragen kenne ich auch nicht. So, wollen wir starten? Are you ready? Dann mal los. Erste Frage. Frage Nummer eins. Wie lautet Heinos bürgerlicher Vorname? A, Heino. B, Heiko. C, Hans, Georg. D, Heinz, Gregor. Ich glaube, ich weiß es. Ah, du auch. Ja? Wenn es stimmt. Heinz, Georg. Guck mal, hier. Stimmt. Zwei Experten. Ja, das stimmt. Wahnsinn, Mann. Wahnsinn. Warum weißt du das? Nein, das war ein Zufall. Ich habe es bei DSDS gehört. Mal. Einmal, zweimal ist es nämlich dort gefallen. Heinz, Georg. Nein, ich habe über ihn eine Szene geschrieben. Ah, sehr gut. Vor 20 Jahren. Okay. Frage Nummer zwei. Nach was schmecken grüne Gummibärchen? A, Apfel. B, Kirsche. C, Kiwi. D, Erdbeere. Ne. Wetten, dass das eine Fangfrage ist. Ich sehe jetzt deine Antwort. Nein. Stimmt, stimmt. Nein, nein, nein. Ich würde das hier sagen. Ich sage Kiwi. Ich habe gewonnen, Mann. Das kann... Erdbeere. Echt jetzt? Vielleicht schmecken dir die grünen Gummibärchen nach Erdbeeren. Nein, die nehmen uns auf die Schüttel, Mann. Im Regiererraum sitzen sie, sie machen sich lustig über uns. Krass, hätte ich aber nicht gedacht. Also ehrlich gesagt, an Apfel habe ich überhaupt nicht gedacht. Äh, an Kirsche. Äh, Kiwi, Entschuldigung. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Erdbeere. Okay. Wie viele verschiedene Zeitzonen gibt es auf der Erde? Ah, das ist easy, Digga. Komm, das weiß jeder von uns. A 12, B 24, C 36, D 48. Was sagst du? B. Beide sagen B. Ja, ich meine... Eigentlich weiß man das. Das weiß jeder bei 24 Stunden logisch, oder? Applaus, Applaus. 2-2. Hayr dir? Unentschieden weiter? Hat er was gesagt. Frage Nummer 4. Welche Geschwindigkeit erreicht ein Regentropfen im Durchschnitt? A 15 kmh, B 25 kmh, C 35 kmh, D 45 kmh. Gucken nicht drüber. Also ich glaube... Also ich würde raten. Du siehst es. Ich rate, ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Nein, aber bei C... Ich rate. Ey, komm, 15 kmh kann gar nicht sein. Bei der Geschwindigkeit von der Höhe... Das Ding saust ja dann wie eine Kugel runter. Dann... Ach, siegt. Der hat... Nur geraten. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, warum ich das denke? Wegen der Höhe. Fallhöhe. 15 kmh ist sehr wenig. So ein winzig kleines Dingteil. Ja, aber 15 kmh ist doch... Das ist Schrittgeschwindigkeit. Naja, fast. Ja, ja. Das ist voll langsam. Aber die Kugel fallen doch. Ja, ich habe aber an einen romantischen Regen gedacht. Weißt du? Ja, aber der romantische Regen fällt dann so. Ah ja. Pum, pum, schön. Juck, ja. 3, 2. Okay. Welcher dieser Inseln gehört nicht zu den Balearen? Mallorca, Ibiza, Tenerife, Menorca. Jetzt aber. Ich zeig's dir nicht. Weißt du es? Ich weiß es. Ich. Nur ich. Ich hoffe. Komm, erst du. Ja, ich lieg falsch. Erst du. Ja, da. Nein. Das ist es. Tenerife? Ja, natürlich. Scheiße. Du wusstest das, ne? Okay, 3, 3. 3, 3. Ist immer noch 3, 3. Nächste Frage. Wieso 3, 3? Ja, 3, 3. 3, 3. Wir kriegen ja auch bei Unentschieden, wenn wir beide richtig tippen, auch einen Punkt. 2011 ließen Wissenschaftler 100 Papierflieger über Deutschland in 37 km Höhe los. Wo wurden einige davon gefunden? Australien, Schweden, Schweiz, Türkei. Oha. Ich vermute etwas. Ich auch. 37 km. Ich vermute. 37 km. 37. Das muss möglich sein, Mann. Glaube ich auch. Oh. Glaube ich auch. Weitere Strecke einfach. Wow. Habib, wir sind gut. Ich glaube. 5, 5. Nicht schlecht. Ach, 4, 4. Entschuldigung. 4, 4. Keine mal so schlecht. Guck mal. 4, 4. Und wie viele haben wir noch? Letzten vier Fragen noch. Welche Stadt war im Jahre 1750 die größte deutsche Stadt? Lieben Gruß, lieben Gruß an meinen Geschichtslehrer, Herr Mitze. Boah. Boah, ich war in Geschichte echt gut, weil das weiß ich ganz genau. Die größte Bibel. Und ich sag euch auch warum. Das weißt du. Ich weiß es. Also ich glaube, dass ich es weiß. Das auf keinen Fall. Kann das sein, Brüssel? Das kann nicht sein. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hat? Hat? Du. Wien. Brüssel. Großdeutsches Reich. Es müsste Wien sein. Wow. Hallo, Herr Mitze. Mein Geschichtslehrer. Ich habe eine Geschichte mal gut aufgepackt. Warum Brüssel? Wie kommst du auf Brüssel? Weil ich vor zwei Wochen da war, war dann lauter Deutsche. Sie haben mich bedient. Da hatte ich wohl herkühlt. 5,4, ne? Okay. Ich führe wieder alles. 1750, Baba. Ach du, oder? Alles ist möglich, ehrlich gesagt. Alles ist möglich. 1750. Syrien war Türkei. Wie viel wiegt eine Matratze zehn Jahre, nachdem sie gekauft wurde? A, genauso viel. B, die Hälfte. C, das Doppelte. Hier, circa drei Kilo mehr. Ey, keiner. Die, Baba, die. Ich bleib dabei. Mehr? Natürlich, du hast gepinkelt, gefurzt, etc. Alles ist drin. Aber wie? Ach, Quatsch. Komm schon, Mann. Du musst das doch an... Nein, genau. Gib mir die. Genau so viel. Gib mir die. Wieso denn? Keine Ahnung. Bin mir, Baba, ich... Ne, du hast... Das Doppelte sogar. Guck mal. Ach, Schweiß und bla... Ach, du hast recht. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Okay, ich führe noch. 5,4. 5,4. Zwei Fragen noch, mein Freund. Du kannst noch einen holen. Wie viele Menschen auf der Welt haben noch nie Schnee gesehen? A, ein Fünftel. B, also die halbe. C, ein Drittel. D, zwei Drittel. Denn dazu gibt es nur eine. Das ist meine Schätzantwort. Das ist das. Ich bleib dabei. Nein, das ist nicht gut. Komm, Afrika, Südamerika, ja, die zwei Drittel. Kann man ja logisch nachdenken, ne? Baba, ich führe. Jetzt kannst du noch Unentschieden schaffen. Wo steht das aber? 6,5. Was? 6,5, wo steht das? Ich merke es und Diana sagt es mir auch aufs Ohr. Sie passt ja auch. Ah, ja, ich soll dir blind glauben. Okay. Musst du. Wie viel Prozent der Fläche von Deutschland ist Waldfläche? Verdammt, ich hätte bei dir... Haben wir einen Joker? Kann ich einen Kollegen von den Grünen anrufen? A, 20 Prozent. B, 31. C, fit. 41? Ja. Näh. Ich bleib dabei. Ne, ich nehm B. Aber ein Drittel. Ich bin heute geflogen. Und dann habe ich lauter Wälder gesehen. Was? Wow, der hat gewonnen, Mann. Sure. So. Gibt es hier keinen Telefon-Joker oder so? Ne, du hast verlob, mein Freund. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Was ist das denn? Hallo, Moussin und Bedo. Der Verlierer dieses Spiels wird heute in seine Jugend zurückversetzt. Ach, du Scheiße. Ne, Moment mal. Brausepulver durch die Nase ziehen. Nein. Nein. Doch, hier. Nein, du, das kann ich nicht. Guck. Abi, ich habe alles gemacht. Brause. Spinnt hier, Leute. Nicht viel. Du sollst nicht viel. Nur ein... Hey. Guckst du nicht, oder was? Ich habe noch extra ein Nasenspray dabei. Hier. Habt ihr keine andere Idee, hä? Nein. Du, ich habe alles schon mitgemacht. Ich habe hier, ich habe hier Müll getrunken, wo alles drin war. Ein Glas. Ich habe meine Beine enttattet. Meine Beine verschnupft? Machst du aber... Abi, es heißt nur einmal, schnüpfen reicht. Kannst du auch den Geschmack aussuchen. Was willst du? Wir haben Orange, wir haben Himbeere und wir haben, wenn du willst, Waldmeister und Zitrone. Und dann, warte mal, hier, könnt ihr sehen, durch die Nase schnüpfen. So, zeig, guck mal, wenn du Vollprofi bist, wenn du Vollprofi bist, brauchst du kein Stroh und machst den hier. Ich habe es noch nie gemacht. Ich auch nicht. So, such dir aus. Sorry, aber musst du. Jeder muss da durch. Und wo sind die Servietten, hä? Hä? Ist eigentlich egal. Ist eh egal, glaube ich auch. Hier. Du musst es mir zeigen. Aber klar. Ich habe es noch nie gemacht. Ich esse jetzt ganz normal. Ich habe das früher gerne getrunken, so. So, weißt du? Wie, das muss ich jetzt durch die Nase ziehen? Hm, besser. Warum aber? Ist so. Weißt du, was ich letztens getrunken habe? Obwohl, guck mal, mein Gast hat verloren und musste Wurstwasser trinken. Habe ich aus Solidarität mitgetrunken. Okay, dann kannst du dich auch mit mir so... Sorry, ich vergiss das. Also, liebe Freunde. Früher gab es Schnupftabak. Es gab Koks. Aber das ist die moderne High-End-Variante. Warte, dann musst du aber richtig machen, indem du es so Linien führst. Klar, Roman. Warte, 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 warte. Warte, ich... Ja, mach mal, mach mal. Ich will das unbedingt auf Apple TV sehen. So, warte, wir machen es jetzt original, okay? Mhm, okay. So. So, liebe Freunde. Also, es sieht zwar so aus, als wäre ich wahnsinnig Profi darin, ne? Das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so was mache. Ich habe es nämlich bei jemandem so abgeguckt. So, muss sie. Aber es geht gar nicht darum, ne? Dass ich jetzt alles... Nein, du sollst nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Scheiße. Oh, das macht doch gar nichts. Was? Mach, bist du sehen? Gib mir mal deine Eifel. Oh, es brennt hier, Mann. Aber das tut vielleicht gut. Also, es heißt, das reicht. Moment, Moment. Ja. Vielleicht gegen meinen Schnupfen, weißt du? So, das reicht, das reicht. Vielen Dank, Mufzin. Danke dir vielmals. Ja, tschüss. Mufzin, ich danke dir recht herzlich. Wir verabschieden uns jetzt. Servietten kommen gleich, weil wir gehen jetzt gemeinsam aus der Sendung schon mal raus. Okay. Sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst. Es ist mir immer wieder eine Ehre. Danke für die Einladung. Mufzin ist regelmäßig on tour. Weitere Informationen gibt es natürlich auf seiner Website, Facebook, Twitter. Überall könnt ihr ihm natürlich auch folgen. Und uns auch. In diesem Sinne, genießt das Wochenende. Mufzin mit Doppel-S, nicht SH oder so, nicht Mufzin, ne? Mufzin. Nicht Mufzin, sondern Mufzin. Und mit N hinten dran. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. Präsentiert von Ihrem Orient-Teppich-Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orient-Teppich-Experte seit 1960.